Ich konnte euch die letzten Tage hier nicht so viel mitnehmen, denn Bella wurde geimpft und deswegen konnte ich euch halt auch nicht so viel zeigen, denn Bella hatte danach natürlich ein paar Tage jetzt frei und hat nichts getan. Die Impfstelle war nämlich auch ein bisschen angeschwollen und warm und Bella war danach einfach generell nicht so fit, was aber überhaupt nicht schlimm ist, denn das zeigt nur, dass das Immunsystem arbeitet. Und ja, ich habe euch eigentlich dann nur so ein bisschen in der Stallarbeit mitgenommen, viel kann ich euch da nicht zeigen. Ich habe halt die Box gemacht, ich habe die wieder eingestreut, ich habe das Heunetz gefüllt und ja, ich sage mal so, mehr habe ich dann in der Zeit eigentlich auch nicht gemacht. Natürlich habe ich auch einfach immer so ein bisschen beim Pony gesessen und ja, keine Ahnung, habe so ein bisschen die Zeit mit ihr da verbracht. Ich habe aber auch ein bisschen den Spind aufgeräumt, ich habe die Zeit auch ein bisschen noch so genutzt und habe auch das Mesh, was ich noch habe, in solche Kisten umgefüllt. Das ist deutlich praktischer, als es halt die ganze Zeit in so einem Sack rumstehen zu haben. Ich habe Bella dann am Ende noch ein bisschen Mesh gegeben, das fütter ich ihr momentan noch so ein bisschen zu, weil sie ein bisschen dünner geworden ist. Die kriege ich jetzt aber auch schon mehr Raufutter und das war es dann eigentlich schon auch so in den letzten Tagen.